Guten Tag, liebes Volk, mein Name ist Feldmarschall und Reichspräsident Paul von Hindenburg. Wahrscheinlich haben Sie jetzt im Januar 1933 die Nase von den ständigen Neuwahlen genauso voll wie ich, Rennen in den Kartoffeln, Russosenkartoffeln. Bei der Reichstagswahl im letzten November hat diese NSDAP von diesem böhmischen Gefreiten, wie heißt der nochmal, Schmittler, Schnittler auch, Sie wissen schon, die meisten Stimmen errungen. Nun kann ich den Kerl persönlich nicht leiden und ich habe es lange vermieden, aber ich ernenne ihn jetzt mal zum Reichskanzler. Ich meine, was soll denn schon passieren? Das, meine Damen und Herren, war ein historischer Fehler monumentalen Ausmaßes, der Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Hinterher ist man immer schlauer, aber hätte man es auch vorher wissen können? Mein Name ist Leon Feuchtwanger und obwohl ich in meinem Roman Erfolg den Aufstieg der Nazis mithilfe der Konservativen in Bayern genau analysiert habe, habe ich selbst lang nicht glauben können, dass diese Verbrecher an die Macht gelangen. Als es dann 1933 soweit war, wussten wir alle, was die Stunde geschlagen hat und ich bin sofort nach Frankreich. Später war ich auch in der Sowjetunion. Ja, mit meiner positiven Sicht auf die habe ich auch falsch gelegen und dann habe ich in den USA gelebt. Und im Exil habe ich die beiden anderen Romane, die Geschwister Oppermann und Exil veröffentlicht, die zusammen meine Wartesaal-Trilogie bilden. Ein Bild von dem Leben, das wir Flüchtlinge geführt haben und wir waren viele, mehr als 2000 Autoren. Das nenne ich mal einen Braindrain. Pardon, ich will mich jetzt keineswegs mit dem Kollegen Feuchtwanger vergleichen. Bitteschön, Josef Roth ist mein Name. Aber nach meinem Roman Hiob, der übrigens auch schon eine jüdische Emigrantengeschichte ist, habe ich dann mit Radetzky-Marsch und Kapuzinergruf den historischen Bogen vom Untergang der Habsburger Monarchie bis zum sogenannten Anschluss Österreichs 1938 ans Deutsche Reich gespannt. Entschuldigung, da muss ich mich auch noch kurz einklinken. Elias Canetti. Ich bin erst spät, nämlich 38 emigriert. Aber mein Hauptwerk, die Blendung, ist auch so ein symbolischer Abgesang auf das Geistesleben. Und immerhin habe ich dafür ja den Literatur-Nobelpreis bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir kennen uns nicht. Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber mit dem Rot war ich viel in Paris zusammen. Hallo Anna. Und der Feuchtwanger ist ja auch nach Marseille geflohen, genau wie ich. Mein Name ist Anna Segers. Hallo. Und ich habe genau über dieses Flüchtlingssammelbecken Marseille meinen Roman Transit geschrieben und über die Verfolgungen in Deutschland, besonders von Kommunisten, weil ich halt auch Kommunistin war, das siebte Kreuz. Da geht es um die Flucht von sieben Häftlingen aus einem frühen Konzentrationslager. Einer überlebt. Im Exil war ich übrigens in Mexiko und nach dem Krieg war ich lange Jahre Präsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR. Ja, das war auch nicht alles richtig, habe ich auch viel falsch gemacht. Aber dieser intellektuelle Fernkampf aus dem Exil gegen die Nazis, das ist sicher der wichtigste meines Lebens gewesen. Komm, wir gehen ins Exil. Ja, okay. Sie dürfen aber jetzt nicht glauben, dass nur die Schriftsteller jüdischer Herkunft wie Rot und Feuchtwanger oder Kommunisten wie die Segers geflohen sind. Wir waren auch viele Demokraten und sogar sehr konservative, wie meine Wenigkeit. Thomas Mann. Ja, also ich genauso. Heinrich Mann. Wir hatten uns ja für die Weimarer Republik diese erste deutsche Demokratie stark gemacht und jetzt verbrennen diese kackfarbenen sogenannten Patrioten im Mai 1933 unsere Bücher. Es war schrecklich. Wir sind beide am Ende in Kalifornien gelandet, wobei es mir immer ein bisschen besser ging als dem Heini, dem musste ich da oft mit Geld unter die Arme greifen. Ja, und der Tommy war dann sowas wie der ungewählte Klassensprecher der deutschen Exilanten vor allem mit seiner monatlichen Radiosendung Deutsche Hörer über die BBC. Wir waren uns bei allen Unterschieden untereinander gemeinsam dessen bewusst, dass wir ein anderes Deutschland verkörpern, ein besseres, ein humaneres. Und das war natürlich eine starke Schreibmotivation für uns. Denken Sie an meine Romanreihe Josef und seine Brüder, wo es um eine biblische Fluchtgeschichte geht. Oder dann später Doktor Faustus, wo ich quasi einen Pakt mit den Nazis als Teufel schildere. Ja, oder denken wir mal an den Klaus, deinen Sohn. Hallo Onkel Heini. Hallo Klaus. Hallo Papa. Aber ja, ich bin Klaus Mann und ich habe zum Beispiel 1936 meinen Roman Mephisto quasi über den Schauspieler-Kollaborateur Gustav Gründgens geschrieben. Und mein Hauptbeitrag sind meine Henri-Katre-Romane, wo ich über eine freiere und, naja, utopischere Gesellschaft schreibe. Aber wir waren so viele Stimmen, das können Sie sich heute gar nicht vorstellen im Exil. Alfred Dublin, Karl Zuckmeier, Franz Werfel. Ja, und ein paar Frauen waren auch dabei, gell? Hilde Domine. Ich bin Lyrikerin. Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Und zwar trug sie mich in die Dominikanische Republik. Krass, oder? Ich habe übrigens am selben Tag wie Stefan Zweig England verlassen. Ja, hallo. Nachdem ich dort meinen alten Freund Siggi Freud beerdigt hatte und weil ich Angst hatte, als Österreicher interniert zu werden. Ich bin dann in Brasilien gelandet. Sie kennen bestimmt meine Schach-Novelle. Die habe ich da geschrieben. Wird ja jetzt nach dieser Damen-Gambit-Serie wieder viel gelesen. Jedenfalls geht es da um ein Emigrantenschicksal nach Gestapo-Haft. Naja, aber den größten exzellenten Weg von allen. Hab doch bitte über Dänemark, Schweden, Finnland, die Sowjetunion bis in die USA schon ich hingelegt, oder? Bert Brecht, Sie erinnern sich. Und ich hatte ja gesagt, dass ich seit Mitte der 20er eine eigene Theaterform, das epische Theater entwickelt habe. Es ging darum, zu denken statt zu fühlen. Zu zeigen statt zu spielen. Aufzuklären statt einzuschläfern. Deswegen benutze ich Verfremdung, Schilder, Medieneinsatz. Für mich war es besonders schlimm, dass meine Stücke jetzt fast überhaupt nicht mehr gespielt wurden. Nur in Zürich wurde überhaupt in Europa was von mir aufgeführt. Aber ich habe trotzdem ein paar ziemlich wichtige Werke sozusagen auf Halde geschrieben. Zum Beispiel Leben des Galilei. Das wurde dann tatsächlich auch in den USA auf Englisch gespielt. Oder Der gute Mensch von Sezuan und Mutter Courage, beide in Zürich Uhr aufgeführt. Und 1941 dann auch meine Abrechnung mit Hitler. Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo. Ui, ui, ui. Das haben sie erst 1958 aufgeführt. Und als sie dann in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Kommunistenjagd gestartet haben und ich sogar vor diesem Inquisitionsausschuss von McCarthy aussagen musste, bin ich lieber wieder nach Europa und in Ostberlin gelandet, wo ich immerhin mein eigenes Theater gründen konnte. Das Berliner Ensemble. Naja, und manche von uns sind auch während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland geblieben. Erich Kästner ist mein Name, wir kennen uns schon. Ich war selber unerkannt dabei, als die Nazis meine Bücher verbrannt haben. Aber ich konnte nicht ins Exil. Einmal wegen meiner Mutter und zum anderen, weil ich als Zeuge bleiben wollte. Und ja, ich habe unter Pseudonym zum Beispiel Filmdrehbücher für Goebbels geschrieben, aber ich war kein Nazi. Ich war in innerer Emigration. Naja, und bei Kästner ist seine Distanz zu den Nazis trotz teilweise Kooperation sehr viel deutlicher als bei Leuten wie Ernst Jünger und Gottfried Ben, die das später auch von sich behauptet haben. Aber die Bandbreite von Haltungen war sowohl im realen als auch im inneren Exil sehr groß. Und das, liebe Gemeinde, war ein Überblick über die Literatur des Exils. Vielen Dank.